sind sie lara jenkins ja herzlichen glückwunsch zum geburtstag wie geht es ihrem söhnchen so frau jenkins hallo viktor ich bin es geht nicht mehr ins telefon wenn ich anrufe und schreibt mir auch nicht mehr meldest dich bei mir ja wie viele haben sie denn noch ich hätte noch 22 karten allerdings in den hinteren rein gut dann nehme ich die richtig weg du bitte aus dass ich mich um meine ticket selbst gekümmert habe bitte danke frau jenkins das ist für sie glaube ich erinnere mich jetzt sie waren extrem ehrgeizig wahnsinnig ehrgeizig vielleicht doch besser trompete sie hat mich noch selbst unterrichtet ja ja jahrelang hast du in molte tier sich doch immer noch um dich gekümmert und jetzt kriegst du kalte füße vergiss alles was sie dir jemals gesagt hat heute geht es nur um dich in wahrheit waren sie ziemlich begärt laa nein die Untertitelung des ZDF, 2020